Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 548. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Dennis. Ja, Servus, hallo. Und der liebe Marvin. Grüezi. Ja, und bevor wir hier dann jetzt gleich über die Eintracht und über das Spiel gegen Stuttgart und das kommende Spiel gegen Augsburg sprechen, wollen wir natürlich die Gelegenheit nutzen, der Familie, den Angehörigen und den Freunden von Bernd Hölzenbein unser tiefstes Mitleid auszusprechen. Bernd Hölzenbein ist gestern am gestrigen Montag im Alter von 78 Jahren nach auch einiger Zeit der Krankheit verstorben. Und ja, die Eintracht-Familie verliert einen großen Weggefährten Spieler, Botschafter, Mitarbeiter und einfach eine große Identifikationsfigur des Vereins. Ja, es ist heftig. Also hast du schöne Worte gewählt, das ist krass, das ist jetzt doch alles innerhalb relativ kurzer Zeit. Wir hatten Grabi verloren, Nickel verloren und jetzt auch Bernd Hölzenbein und das ist ja eine frustrierende Sache, irgendwie auch eine traurige Sache. Ich habe heute kurz meinen Vater getroffen, ganz kurz und der ist halt fünf Jahre jünger als Bernd Hölzenbein und Bernd Hölzenbein war für ihn immer so ein, wie soll ich sagen, absoluter Magnetspieler, könntest du sagen. Also auf jeden Fall jemand, auf den er hochgeguckt hat, den er so grandios bei der Eintracht fand, auf den hat er auch nichts kommen lassen, auch dann später in der Karriere, als er dann nicht mehr Spieler, sondern auch in anderen Filmen bei der Eintracht unterwegs war. Und ja, es war im Endeffekt so, dass ich habe meinen Vater nur ganz kurz getroffen, aber der konnte gar nicht sprechen, weil er so traurig war. Und so ist es. Ich glaube, so wird es vielen Leuten gehen. Bernd Hölzenbein, absolut Legende, Weltmeister geworden, DFB-Pokalsieger mehrfach geworden, Europacup-Sieger mit der Eintracht, hat diesen Verein geprägt und hat auch diesen Verein unfassbar im Herzen gehabt. Und insofern kann ich mich ehrlich gesagt hier im Namen nur für die Fans und für uns, glaube ich, alle für die Arbeit danken und er bleibt in Erinnerung. Das definitiv. Also vergessen wird er nicht. Und ja, die Eintracht hat auch heute schon entsprechende Statements rausgegeben und es ist davon auszugehen, dass es dann ja auch am Freitag im Heimspiel gegen Augsburg dann auch nochmal im Vorfeld neben der Schweigeminute auch nochmal Trauerbekundung und vermutlich auch einen kleinen Rückblick auf Bernd Hölzenbein geben wird. Auf jeden Fall. Trauerflor, glaube ich, natürlich auch. Ja, wird auf jeden Fall emotional. Das definitiv und das aber auch zu Recht. Ja, und dann müssen wir, oder dann wollen wir auch wieder zu anderen Themen bei der Eintracht kommen und vielleicht mal kurz über dieses Stuttgart-Spiel sprechen. Wir hatten gerade im Vorgespräch mal mit Dennis und ich kurz überlegt, wie viel kann man denen jetzt eigentlich noch irgendwie sagen? Und naja, wie wichtig ist jetzt eigentlich in diesem Gesamtthema dieses Stuttgart-Spiel? Und klar kannst du in der aktuellen Situation gegen Stuttgart verlieren. Du kannst in der aktuellen Situation, in der Stuttgart da unterwegs ist, auch durchaus 3-0 gegen Stuttgart verlieren. Wobei es schon ein bisschen fragwürdig ist, wie dann auch die einzelnen Tore zustande gekommen sind. Aber Stuttgart allein ist jetzt ja nicht so das Gesamtproblem oder ist eben nur ein kleiner Anteil in dieser Gesamtsituation, in der wir uns da befinden. Aber vielleicht mal kurz, wie habt ihr das Spiel gesehen und vor allen Dingen auch die Aufstellung, die ja auch so ein bisschen Fragen aufwarf im Vorfeld? Marvin, was war so dein Gedanke, als du im Vorfeld die Aufstellung gesehen hast? Naja, also ich war ein bisschen irritiert, weil ich hatte eigentlich erwartet, dass wir vielleicht erneut, das war so, wie ich sagen wollte, dann haben wir die Collins sehen, weil ich fand, der hat ein gutes Spiel gemacht gegen Bremen. Dann habe ich mir gedacht, hey, wir haben da Nachholbedarf und Besetzungseingpass, also lass uns das doch genauso machen. Ende vom Lied war, dass es halt nicht der Fall war. Und finde ich ein bisschen irritierend, gerade weil dann am Ende Hasebe auf der Sechs gespielt hat, auch sehr, sehr weit vorne. Für mich auch keine gute Partie gemacht, wie die allermeisten Eintrachtspieler, so ehrlich muss man natürlich auch sein. Naja, und dann kam aber weniger die Aufstellung an sich, also die Hasebe und die Collins-Sache hat mich ein bisschen irritiert. Was mich aber halt noch mehr irritiert hat, war die Tatsache, wie hoch die Spieler standen, dass man Mann gegen Mann zwischenzeitlich gespielt hat, ein Kunku-Leveling für Rich Buter. Und gerade ein Kunku gegen Leveling, der jetzt natürlich auch sehr schnell ist, aber da machst du eigentlich kaum einen Stich. Und auch diese hohe Situation des Verteidigens, das beispielsweise beim 1 zu 0, aber auch bei anderen Angriffen, Larsson und Hasebe eigentlich immer wieder überspielt, beziehungsweise der Ball über die getragen wurde und das dann zu gefährlichen Situationen führte. Das konnte ich nicht nachvollziehen. Und da fand ich, da hat der Trainer leider, leider nicht viel richtig gemacht. Gerade in der ersten Halbzeit und ja, in der zweiten Halbzeit hat auch natürlich Stuttgart ein Stück weit zurückgeschaltet. Die brauchten uns jetzt nicht demütigen, die hatten das Ding in der Tasche. Offensiv waren wir ja brutal ungefährlich, bis auf ein paar Halbschancen. Ja, und dann funktioniert das halt nicht. Klar, kannst immer sagen, ja, Baroya, mal rein, mal gucken, wie es läuft. Das kannst du bei vielen machen, aber ich habe das Problem, dass es halt keine, wie soll ich sagen, das ist keine, das ist keine Daueraufstellung. So, das ist, jeden Spieltag spielen wir mit einer neuen Aufstellung. Und du stellst dir schon die Frage, wann kommt denn da mal Kontinuität rein? Das war ja auch etwas, was Kevin Trapp, der ja heute in der Medienrunde für rund 40 Minuten den Fragen der Pressevertretern zur Verfügung stand. Auch da hast du gemerkt, dass das ein Punkt war, den er doch relativ deutlich auch angesprochen hat, dass man da eigentlich mal nicht über mehr als zwei Spiele oder im besten Falle mal für zwei Spiele mit einer gleichen Aufstellung agiert hat und dass halt so keinerlei Routine, keinerlei Automatismen irgendwie entstehen. Und natürlich auch so ein bisschen dieses Gefühl zwischen den Spielern, die dann quasi im direkten Zusammenspiel da sind, sich halt irgendwie entwickeln muss, was halt schwierig ist, wenn du da permanent durchrotierst. Was teilweise aufgrund von Verletzungen und Sperren sicherlich nachvollziehbar ist, aber vermutlich in dieser Häufung, wie wir das durchgeführt haben, bei weitem nicht, weil so viele wirklich lang Verletzte oder so eine lange Verletztenliste hatten wir jetzt nicht. Aber Dennis, was waren denn so deine Gedanken bei der Aufstellung? Ah ja, also ihr habt das schon sehr gut zusammengefasst. Da passt es auch direkt dazu mit der Situation, warum spielt Buta und nicht Collins? Das ist ja dann so ein unnötiger Wechsel, unnötige Verunsicherung, die wieder reingebracht wird in diesem Spiel. Verstehe ich nicht so richtig. Es sind so ein paar Situationen gewesen. Auch ja, wir hatten ja letzte Woche auch im Podcast schon gesagt, Hasebe hat seine Berechtigung auch mal wieder zu spielen. Alles gut, hat auch gute Leistungen schon mal gezeigt. In der Saison kommt er nicht so richtig rein. Da ist natürlich auch die Frage, warum setze ich dann nicht zu diesem Situationszeitpunkt vielleicht dann doch mal auf einen Van de Beek von Anfang an. Toll war er jetzt auch nicht, aber zumindest die Ansätze haben mir ein bisschen besser gefallen. Ja, es sind viele, viele Fragezeichen. Und dann kommt natürlich dann noch dazu, dass du diesen Irrsinn der individuellen Fehler hast. Marvin hat schon was ganz Wichtiges angesprochen mit diesem, ja ich sag mal, taktischen Mittel, was gewählt wurde, das Mittelfeld eigentlich selbst mit der eigenen Abwehr zu überspielen, um dann im Gegenzug gerade wieder eigentlich den Ball zurückzubekommen und dann das Tor zu fangen. Das kann natürlich nicht passieren. Das darf dir nicht passieren. Und du kennst Stuttgart, du weißt, wie sie spielen. Du hast die Spieler auf dem Schirm und da muss man wirklich sagen, war das taktisch teilweise großes Harakiri. Zusätzlich noch individuelle Fehler dazu und dann haben wir ganz völlig zu Recht auch in der ersten Halbzeit einfach 3-0 hinten gelegen. Ja, ansonsten, ich kann auch der zweiten Halbzeit nicht so viel, viele hängen sich ja jetzt da wieder dran auf und sagen, ah, in der zweiten Halbzeit war Stuttgart nicht mehr so gut, die Eintritt ist besser ins Spiel gekommen. Ja Leute, wenn du, das hat Marvin auch schon sehr gut gesagt, wenn du als Stuttgart auch anfängst zu verwalten, willst ja auch nicht, dass du dich verletzt, willst du ein bisschen steuern und so weiter und so fort. Also, dass die nicht mehr Vollgas gegeben haben, dafür muss man kein Prophet oder Fußballkenner sein, um das zu erkennen. Und auf der anderen Seite war das, was wir dann am Ende auch hinbekommen haben, einfach in großen Teilen auch trotzdem zu wenig. Ja, deshalb, mein Fazit zu der Aufstellung selbst ist natürlich, oh ja, gut, da siehst du, dass der Kader auch nicht so breit und so viel hergibt. Also, was da von der Bank dann teilweise noch kam, wissen wir auch, dass das jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist. Auf der anderen Seite, auch das, was du am Personal hast, kommt halt bei Weitem nicht mehr ansatzweise an seine Leistung ran. Und ja, dafür gibt es sicherlich viele Punkte, aber deshalb, völlig verdient verloren. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass du sagst, es ist ja beides, es ist ja, man muss ja auch sagen, einige Leute, ja, darüber kann man ja auch geteilter Meinung sein, man war durchaus froh, ey, cool, Taibi ist da, mal gucken, was es mit Baroya wird. Das ist ja eh eine Wette für die nächste Saison, aber bei Taibi haben sich viele Leute gefreut. Das klang ja auch erst mal gut, es klang auch erst mal gut, dass Ekitike zu uns kam, Van de Beek ja auch. Und da muss man aber natürlich sagen, dass halt wir den Kader dann am Ende ein bisschen besser gesehen haben, als er jetzt gerade performt. Also, man merkt halt schon, dass, ja, nach dem Afrika-Cup viele Leute gar nicht mehr an ihr Leistungsniveau gekommen sind, auch selbst Mamosch trifft halt nicht mehr das Tor. Das ist jetzt nicht so schlimm, sage ich mal, für ihn, weil er hat trotzdem eine gute Serie gespielt. Aber trotzdem geht der Glanz gerade schon ein bisschen weg. Und ich meine, auch in Larsson ist nicht mehr so gut, wie er mal war. Also, die meisten Spieler kommen gerade echt überhaupt nicht mehr an ihr Niveau. Und dazu ist es trotzdem auch so, es ist beides, es ist halt auch genau das, was du sagst, Dennis, dass der Kader gerade dann, wenn wir über die Außen widersprechen oder ja auch bei anderen Besetzungen halt unrund ist. Unrund zeigt er sich beispielsweise auch allein dadurch, dass du, wenn die Liederfigur Marco, äh, Marco, sag ich schon, Sebastian Rohde, ich habe irgendwo den Namen Marco gelesen, ich sehe mal so, geht's. Und, ähm, genau, dass, 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 dass Sebastian Rohde, der fehlt, der nicht mehr da ist, äh, der zuletzt auf den Platz aber noch Akzenter gesetzt hat. Wenn der fehlt, dann ist da irgendwie das Gefühl, dass es bei weiten Teilen ja dieser Mannschaft irgendwie an so einen Typen fehlt. Und dann wird es halt ein bisschen problematisch. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Koch das besser kann, dass das Koch das auch besser dirigieren kann. Aber auch der scheint so ein bisschen in ein Loch gefallen zu sein. Nein, nochmal, gegen Stuttgart ist das kein absolutes Drama, ne, da hat jeder von uns auch eine Niederlage erwartet. Aber im Endeffekt ist das ja nur die letzte Ausformung einer Ansammlung schlechter Spiele. Ich glaube, das war auch mit ein Grund, weswegen jetzt da ein, ein Hasebel eben in die Mannschaft gerückt ist, damit der halt eben ein Stück weit diese, diese Funktion wahrnimmt, des gestandenen, erfahrenen Spielers, der ein bisschen, ja, Ruhe und vielleicht auch so ein bisschen Orientierung, dann da mitgibt gegen Stuttgart, wo du eigentlich nachweislich sehr viele schnelle Spieler auf Stuttgarter Seite hast, war das vielleicht jetzt nicht die optimalste Besetzung. Aber ich glaube, das war so ein bisschen der Grund, weswegen man dann da auch ein Hasebe gewählt hat. Ja, die Erfahrung, klar, logisch, auf jeden Fall. Das Problem ist nur, du kannst die anderen nur anstecken und eine Leader-Position einnehmen, wenn du selbst performst. Und das ist auch das Problem bei Koch, was ich jetzt nochmal, ja, klar, er war total überfordert bei dem Spiel in Stuttgart. Dann ist es auch schwierig, da die anderen irgendwie aufzurütteln. Oder ja, wenn du selbst dann nicht deinen besten Tag hast, dann wird es schwierig. Und das hast du leider, aber das ist, wie der Marvin sehr gut gesagt, nicht ein punktuelles Problem, sondern wir sehen es halt schon jetzt sehr, sehr viele Spiele in Folge. Und man fragt sich schon, ja, das ist schwierig. Du musst gegen Stuttgart natürlich überhaupt nichts holen, alles klar. Jetzt musst du aber sagen, du kommst natürlich hier jetzt in Situationen, und da kommen wir sicherlich dann später noch im weiteren Verlauf dazu, hast jetzt ein direktes Sechs-Punkte-Spiel gegen Augsburg, Freiburg. Alle Punkten, alle kommen nahe. Also die Ruhe wird nicht mehr. Und man hat das Gefühl, dass diese Spieler, von denen man es eigentlich erst erwartet hat, die können vielleicht mit ein bisschen Druck und ein bisschen Leader-Position einnehmen, dass die mit dem Druck momentan eher nicht so gut umgehen können. Und mal schauen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Und der Hasebe-Move, René, sicherlich hat man sich was dabei gedacht, hat halt in der Situation natürlich jetzt nicht so funktioniert. Aber gut. Ja, man hat ihm halt den sprichwörtlichen Bährendienst an dieser Stelle erwiesen. Man hat ihm natürlich damit so ein bisschen die Möglichkeit auch gegeben, jetzt nach dem Spiel nochmal klare Worte dann auch im On-Field-Interview war es, glaube ich, dann auch zu wählen. Wobei man dann natürlich auch sagen muss, dass solche Sachen dann auch irgendwie am 29. Spieltag, wenn es jetzt irgendwie um Top oder Flop geht, auch dann so ein bisschen zu spät kommen, jetzt anfangen, Dinge irgendwie klar und deutlich anzusprechen. Da wird es halt jetzt auch langsam ein bisschen dünn hinten raus. Aber die spannende Frage ist jetzt, und du hattest es ja gerade eben schon angesprochen, Dennis, die direkten Konkurrenten, wenn wir jetzt mal auf Platz 6 gucken, die haben gepunktet, sowohl Augsburg als auch Freiburg haben Punkte gut gemacht. Was können wir denn jetzt tun? Es steht ja jetzt immer mehr auch diese ganze Thematik mit Trainerentlassung irgendwie im Raum. Also nicht von Seiten der Eintracht, aber zumindest von Seiten der Fans wird das zumindest, was man so in den verschiedensten Kommentarspalten sehen kann, immer wieder gefordert. Ist das das einzige Mittel, was wir jetzt haben oder was können wir jetzt noch tun, um uns noch mit einem Erfolgserlebnis, sprich Platz 6, da aus dieser Saison rauszuarbeiten, Marvin? Ja, also ich glaube, ich halte nichts davon, jetzt den Trainer zu entlassen, auch wenn ich schon die Fehler sehe und ich bin ziemlich sicher, dass das vielleicht am Ende der Saison nicht mehr weitergeht. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie sinnvoll ist, irgendwie zu sagen, okay, wir entlassen jetzt den Trainer, weil da wird nichts besser. Das ist viel zu kurzfristig. So Sachen haben wir ja früher mal gemacht. Klar, wenn es gegen den Abstieg ging, wenn wir jetzt 8 Punkte, 10 Punkte, 12 Punkte weniger hätten, dann müssten wir das machen. Aber jetzt ist es für mich falsch, weil das nur auch potenziell andere Trainer, die wir dann im Sommer vielleicht bekommen könnten, irgendwie auch abschränkt und auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Markt irgendwie auch verengt. Also dementsprechend, ich glaube, es ist nicht sinnvoll. Stattdessen müssen wir weggehen, weggehen von diesen Situationen, von diesen Gedanken, dass es jetzt ein Trainerwechsel ist, als ich sinnvolle wäre. Das sind natürlich die Mechanismen des Marktes. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber viel wichtiger ist, dass wir eigentlich kurzfristig uns, wie soll ich sagen, so eine Art ein bisschen zusammenraufen. Also ich will nicht sagen, dass das nicht sogar richtig wäre, das auf jeden Fall nach den Spieltagen zu machen, am 34. nach dem 34. Ich glaube, das ist sinnvoll. Du musst auch ganz klar über die Position Krösche sprechen, auch wenn der natürlich mit der Tatsache, dass er gewisse Sachen lanciert hat, um seinen Marktwert zu erhöhen, jetzt einen Vertrag verlängert hat bei der Eintracht. Also der ist natürlich sicher im Sattel, aber man muss auch darüber sprechen, was hat Krösche falsch gemacht. Und dann wird es wahrscheinlich nur Dino sein, der seinen Hut nehmen muss. Aber wenn auch er einfach im Sommer und nach dem 34. Spieltag. Jetzt heißt es, egal wie, die letzten paar Spiele gemeinsam bestreiten. Und ehrlich gesagt muss jetzt auch jeder an seinen eigenen Ehrgeiz appellieren. Weil am Ende, klar, da steht ein Trainer. Und wenn der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht, dann muss es jetzt aber auch egal sein. Und das müssen die Spieler jetzt einfach sagen, ja, das ist mir jetzt auch egal. Ich will auf Platz sechs bleiben. So, ja, es ist mir jetzt egal, ob der mich erreicht oder nicht. Oder da muss ich mannschaftsintern, da muss ich vielleicht losgelöst auch von dem Trainer etwas etablieren mit ein paar Spielern, wie sogar Kevin Trapp, der heute in der Pressekonferenz war. Irgendeine Sprachregelung brauchst du intern, dass du dich motivierst. Weil wenn du dann auf Platz sechs bleibst, wenn du gegen Augsburg gewinnst, darüber können wir ja gleich im Detail sprechen, dann hast du ja auch sehr gute Aussichten, um deine eigene Position in den kommenden Jahren weiter zu elevaten. Das muss das Ziel sein. Zwei Fragen. Frage eins. Glaubst du denn wirklich, dass der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht hat? Also entweder waren das sehr, sehr gut abgestimmt und sehr gut vorgetragene Sprechertexte, die sowohl ein Sebastian Rohde am Montag im Heimspiel hatte, als auch ein Kevin Trapp da heute in dieser Medienrunde. Weil da war ja auf die Frage hin, wie ist so das Zusammenspiel zwischen Trainer und Mannschaft, war das ja schon eigentlich relativ, ja, ich würde sagen Trainer unterstützen und eigentlich eher positiv als negativ. Oder glaubst du, dass das wirklich so ist? Oder war das eher wirklich so ein, ja, sag das mal und das ist der Sprechertext und den trägst du bitte da ordnungsgemäß vor? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe keine Antwort darauf. Ich finde schon, dass gewisse Worthülsen und ja auch, ja, Speeches und Situationen da gerade sehr fein ausgewählt sind. Das habe ich schon das Gefühl. Aber andererseits erschien mir Kevin Trapp da jetzt relativ authentisch. Auch wenn er über die Fans gesprochen hat, war das ein sehr authentischer Moment. Das kann ja auch wirklich sein. Ich weiß es nicht, ob er die Kabine verloren hat. Der hat mit Sicherheit nicht die Kabine verloren mit irgendwelchem Schindluder, weil das ist ein netter Typ. Also Dino Topmeller ist keiner, der jemanden beleidigt. Der ist lieber vielleicht eher zu soft, so gar nicht negativ gemeint. Ist ja vielleicht eher zu versucht, umgänglich oder irgend sowas. Also ich kann mir eher vorstellen, dass der halt aufgrund seiner mangelnden Erfahrungen im Profibereich als Profitrainer, dass er da halt da nicht die richtigen Worte wählt und zu viel Fußballtheorie auch macht. Weil Stuttgart war ein deutliches Beispiel für Fehler, die er begangen hat. In der Vergangenheit kann ich dir auch mehrere Spiele aufzeigen, in der beispielsweise die Wechselsituationen immer wieder merkwürdig waren. Wir haben in der ganzen Zeit kein System gefunden. Er hat immer mal wieder auch so People-Pleaser-Sachen gemacht. Dann hat er mal Chandler reingeworfen. Jetzt mal Dinovic, das kann man ja machen, das ist ja auch in Ordnung. Aber es sind immer wieder solche Sachen dabei, ja komm, ich mach mal was und so. Und in der Gesamtheit ist das halt, das ist wie, als würde er eine U19 trainieren. Aber der trainiert eine fucking Bundesliga-Mannschaft. Und er hat es nicht geschafft, einen festen Stamm zu etablieren. Und dann ist es halt insgesamt zu wenig. Aber es kann sein, dass sie ihn trotzdem alle total mögen und eigentlich gern mit dem zusammenarbeiten. Aber am Ende ist es auch nicht so wichtig, ob du jetzt Best Buddy im Trainer bist, sondern dass der Trainer weiß, wie er dich richtig kitzeln kann, dass du zu einer anderen Leistung kommst. Wie dem auch sei, vielleicht gibt es auch Spieler, die schlauer sind als der Trainer und müssen ihm das halt mal sagen. Das wäre auch nicht das erste Mal, das haben wir auch schon gehabt. Wir haben auch schon Spieler gehabt, wo du gemerkt hast, okay, die wissen einfach, Armin Fee-Situation. Armin Fee war damals Trainer und du hast zwar zweimal Trainer und gerade am zweiten Mal hast du gemerkt, dass es schon Spieler gab, die eigentlich gesagt haben, lass uns das lieber so machen. Das ist nicht das erste Mal. Das gab es schon auch in der Stepanovic-Ära immer wieder. Es gab immer wieder Leute, die noch eine höhere Spielintelligenz hatten und dann auch Einfluss genommen haben. Und wenn das bei uns der Fall ist und Spieler bei uns die Möglichkeit haben, dann sollten sie sie jetzt nutzen, weil jetzt geht es darum, den Verein kurzfristig zu sichern auf Platz sechs. Ja, danke. Frage zwei. Du hattest es gerade eben angesprochen und du hast gesagt, du gehst davon aus, dass das Thema Top-Möller dann nach der Saison beendet ist und die Eintracht hat ja jetzt auch an mehreren Stellen deutlich gemacht, dass man sich jetzt eigentlich so ein Stück weit Ruhe wünscht, dass man sich jetzt erstmal auf das Ende der Saison konzentrieren wollen würde, was ich auch nachvollziehen kann, dass man da jetzt nicht irgendeine unnötige Unruhe oder unnötig dahingestellt, aber Unruhe von außen reinbringen will, was wir ja auch in den letzten Jahren immer wieder hatten. Wäre jetzt so eine Variante, wie man es bei Glasner in der letzten Saison gemacht hat, dass man einfach frühzeitig, jetzt sagst du nach dem Motto, dass man getrennte Wege nach dem 34. Spieltag geht, aber dass man bis dahin halt gemeinsam das, was man angefangen hat, noch zu Ende bringen, meinst du, das könnte einen positiven Aspekt bringen, dass man einfach weiß, es ist zwar dieses sprichwörtliche Ende mit Schrecken, also das Thema ist irgendwie endlich, dass man da so ein bisschen Ruhe reinkriegt, meinst du, das könnte hilfreich sein, wenn man so eine Kommunikation jetzt macht? Tja, ehrlich gesagt will ich das noch nicht beantworten, weil für mich kommt es tatsächlich zu sehr erstmal auf Augsburg an. Also alles danach ist erstmal egal, weil die Sache ist die, wir müssen jetzt erstmal komplett, jetzt müssen sich alle erstmal zusammenraufen. Wir haben jetzt alles viel kritisiert, auch bei Motorpass und Fußball 2000, haben wir ganz klar beschrieben, wo die Probleme liegen, was wir als problematisch ansehen und was sich ändern muss. Aber jetzt ist es ja, du musst ja jetzt genauso wie, wenn du gegen den Relegationsplatz spielen würdest, genauso wie wenn du gegen den Abstieg spielen würdest. Jetzt erstmal wichtig der Zusammenhalt, jetzt ist erstmal wichtig über die Saison zu kommen. Und früher war es immer dann, okay, wir wollen über dem Strich landen, nicht in die Relegation, sondern direkt einen Klassenhalt schaffen und jetzt ist es tatsächlich so, so absurd es sein mag, in der sehr enorm schwachen Bundesliga die scheiße schwache ist, ab Platz sechs, das muss man wirklich so sagen, da gibt es ja unfassbare Unterschiede. Das ist ja das Schneckenrennen par excellence. Und Augsburg steht ja nicht zu Unrecht da oben jetzt mittlerweile. Aber auch nur, weil wir so dusselig sind. Also ich will nur sagen, jetzt gilt es einfach nochmal die Arschbacken zusammenzubeißen und jetzt zumindest erstmal für Augsburg. Weil wenn du gegen Augsburg gewinnst, hast du deinen Abstand. Wer weiß, ob Freiburg dann gewinnt. Du hast erstmal so ein bisschen Abstand und das muss dein Ziel sein. Und danach, wenn wir das Ding gegen Augsburg verlieren, dann brennt eh die Hütte. Und dann reden wir wieder ganz anders. Weil wenn wir gegen Augsburg verlieren, dann ist die Situation eine, wo ich glaube, dass sehr viele Dämmer gesprochen werden. Und dann ist all das, was wir dazu jetzt sagen, eh wieder Makulatur. Dementsprechend erstmal Fokus auf die komplette Situation, dass gegen Augsburg gewonnen werden muss. Wenn das nicht passiert und stattdessen wir sogar verlieren, dann haben wir hier ganz andere Diskussionen. Dennis, was glaubst du denn, jetzt mal angenommen, wir gewinnen gegen Stuttgart, ohne jetzt im Detail über das Stuttgart-Spiel, Gegen Stuttgart, gegen Augsburg. Jetzt ohne im Detail auf das Augsburg-Spiel schon zu gucken, das machen wir gleich. Aber jetzt mal angenommen, wir gewinnen gegen Augsburg. Können wir dann Platz sechs halten? Wenn wir im direkten Vergleich gegen Augsburg gewinnen, glaube ich, dass wir auf jeden Fall im Kompon international spielen. Dann kommt es ja wieder auf diese Konstellation an. Ob es dann Platz sechs ist am Ende, kann ich den so nicht beantworten. Weil ich glaube, Freiburg hat einfach ein sehr, sehr angenehmes Schlussprogramm noch. Bei uns wird es doch nochmal würzig. Ich glaube aber, dass wir am Ende dann vor Augsburg stehen können, ja. Wenn das die Frage ist. Und das ist, glaube ich, die Entscheidung, Nee, die Frage war, ob wir Platz sechs halten können. Die Frage war nicht, ob wir vor Augsburg stehen. Also das ist für mich, Peter, das ist einfach zu viele Unsicherheiten, weil Freiburg eigentlich für mich der gefährlichere Kandidat dann auf den sechsten Platz ist. Das ist, was haben wir denn dann? Dann sind wir bei 45 Punkten. Freiburg spielt gegen Mainz, meine ich, am Wochenende. Freiburg spielt jetzt am Wochenende gegen Mainz, danach zu Hause gegen Wolfsburg, dann auswärts gegen Köln, dann zu Hause gegen Heidenheim und am letzten Spieltag auswärts bei Union. Das klingt halt schon auch alles irgendwo zumindest punktbar. Also ich sage mal so, sagen wir es anders. Wenn wir gegen Augsburg gewinnen und es im Endeffekt, da kann sich auch wieder ein bisschen was draus entwickeln, dass du eben nicht wie die letzten Spiele gar keine Punkte mehr holst, so ungefähr. Sondern ich kann mir dann vorstellen, ja, dann lege ich mich fest, dann bleiben wir auch vor den ganzen Kandidaten. Sechste am Ende. Weil ich glaube, dann ist das auch nicht der letzte Punkt, den wir geholt haben in dieser Runde. Das sieht, glaube ich, noch mal schlimmer und fürchterlicher aus, wenn wir jetzt wirklich, Marvin hat das Albtraum-Szenario ja schon sozusagen mal an die Wand gemalt. Du verlierst das Spiel, die Unruhe wird immer größer. Der ganze Verein implodiert so ein bisschen für die Saison zumindest. Da ist, glaube ich, dann wirklich ganz schwierig, überhaupt noch mal Performance auf den Platz zu bringen. Und die Gegner sind ja auch nicht einfach, die wir danach haben. Also dementsprechend, du bist eigentlich verpflichtet dazu, jetzt hier Ruhe reinzubringen. Das funktioniert immer nur, indem du mal punktest, mal Ruhe reinbringst. Und gegen Augsburg musst du eigentlich auch drei Punkte holen, um hier ein klares und gutes Zeichen zu zeigen. Und dann sind wir auch, glaube ich, gar nicht so weit weg davon, dass auch dieses Gesamtsystem wieder sich beruhigt. Diese ganze Thematik mit, ah, wer spielt denn da und was ist Dings? Und ich will, wenn hier ein Mammusch mal wieder trifft, wenn die Abwehr mal wieder ein bisschen stabiler steht, das war halt alles jetzt auch dieses situationsbedingte Spiel. Stuttgart, das hat ja wie so ein bisschen das Fass einfach zum Überlaufen gemacht. Die erste Halbzeit war eine Frechheit. Was ist das? Da könnte ich gerade kotzen im Strahl. Alles das, was da auch vor. Und du nimmst dir als Fan, und die Eintracht-Fans sind ja wirklich leicht zu, ach komm, hier hast du einen kleinen Brutkrümel. Und dann machen die, ja, supergeil, toll, die Eintracht, die schafft das. Und da sind wir jedes Mal dann motiviert. Und dann kriegst du so in die Fresse geschlagen, wie da in der ersten Halbzeit am Wochenende. Und das musst du einfach jetzt hinbekommen, dass gegen Augsburg zumindest erstens die Fans dahinterstehen, über die gesamte Zeit. Und du am Ende nicht wieder sagst, meine Güte, tretet uns doch nicht so in die Eier, sondern zeigt mal, was ihr könnt. Und reißt euch zusammen. Und wie gesagt, dann jetzt nochmal die Antwort darauf. Dann, wenn wir da gewinnen, bleiben wir am Ende auch auf Platz sechs. Ich sehe Freiburg auch so ein bisschen als den gefährlicheren Gegner. Wobei man auch sagen muss, dass sie natürlich bei den letzten fünf Spielen gegen vier Mannschaften spielen, die auch alle noch sehr in Schlagdistanz von dieser Abstiegszone irgendwie sind, die werden das denen auch nicht einfach machen. Also bis Union kann das ja jetzt schon auch alles irgendwie noch eng werden da unten drin. Die stehen aber auch zurecht viele da unten. Ja, ja, natürlich stehen die viele zurecht da drin, aber die haben natürlich jetzt auch das Thema, dass die jetzt auf den letzten Meter noch versuchen, irgendwie ihr Arschrettungsprogramm durchzuziehen. Also die werden jetzt auch nicht komplett wehrlos da in die Spiele gehen. Aber klar, Freiburg ist schon, wenn man sich das Restprogramm anguckt, eher die Mannschaft, die da jetzt noch irgendwie den Weg in diese Richtung irgendwie angehen kann. Augsburg hat ja auch noch ein relativ starkes Programm. Die spielen ja auch noch gegen Dortmund, Stuttgart, Leverkusen. Die würde ich fast so ein Stückchen da wieder irgendwie rausrechnen. Und unser Programm ist ja auch nicht wirklich einfach. Wenn man das mal vorsichtig, freundlich ausdrücken will, Marvin. Ich habe tatsächlich merkwürdigerweise Heidenheim am Ende dann auf der Sechslanden sehen. Das ist jetzt aktuell noch ein bisschen weit weg, aber keine Ahnung, offenbar haben die ein leichtes Restprogramm. Was müssen die denn noch tun, dass die da hinten da noch reinkommen? Was hast du denn für den Tabellenrechner da gemacht? Ja, ich habe da einen magischen Tabellenrechner. Ich glaube auch. Heidenheim kriegt der Sonderpunkt in deinem Tabellenrechner, oder? Ja, du, alles geht. Was denkst du? Aber am Ende ist es tatsächlich so, dass ich herausgerechnet habe, dass Frankfurt Achter wird. Und das wäre am Anfang der Saison ein okayer Platz gewesen. Das muss ich auch nochmal sagen. Wir sind natürlich jetzt aus einer Unzufriedenheitssituation raus, weil die Eintracht ja durchaus das Geld, was sie mit Colomuani bekommen hat, teilweise schon ein bisschen wieder ausgegeben hat. Wäre das die ganze Zeit nicht möglich gewesen. Ich glaube, die Begehrlichkeiten sind jetzt wieder entstanden, dadurch, dass wir eigentlich gedacht haben, naja gut, der Transferwinter, der könnte eigentlich okay gewesen sein. Aber da muss man auch sagen, dass hier Krösche halt so ein bisschen wie Twitter eingekauft hat. Und das ist halt das Problem. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, als hätte er bei Twitter nachgeguckt, wer da irgendwie ganz cool wegkommt, gerüchtet wird. Dann mache ich das, aber nicht wirklich ein eigenes Konzept hatte. Also so habe ich tatsächlich das Gefühl, weil oftmals war es ja unter Ben Munger, der auch viele Fehltransfers gemacht hat. Das darf man gar nicht vernachlässigen. Da war es aber immer so, du kanntest die meisten Spieler gar nicht. Also weil die halt wirklich woanders unterwegs waren. Da musstest du ganz genau gucken. Und vielleicht kanntest du den einen so ein bisschen, aber halt nicht so ganz genau. Die standen nicht so auf Platz 1 auf dem Zettel, wie Etik-Idee beispielsweise jetzt. Da war das ja schon im Sommer relativ klar. Dann hast du das halt jetzt dann mit Laie gemacht, dass das halt jetzt nicht so geklappt hat. Und dem muss man trotzdem festhalten, es hast natürlich auch ein bisschen Pech gehabt. Aber trotzdem war das Transferfenster nicht so optimal, wie es hätte sein können. Und wir hatten es aber gedacht mit Van de Beek, mit Eketike, mit natürlich auch Sascha Kalajdzic, was echt bitter war. Weil das hätte auch gut laufen können. Die ersten Outings waren ja tatsächlich gut. Und dann ist es natürlich aber auch so, dass Baro ja, auch wenn der in Vorgriff war, auch ehrlich gesagt nicht wirklich fürs Spiel aktuell beiträgt. Ja, und dann kommt niemand mehr an sein Leistungsniveau. Und dann bist du halt dann trotzdem ja schon relativ unzufrieden. Auch, weil du jetzt natürlich so eine Befürchtung hast, dass du jetzt kurz vor knapp von dem Sechsen runterrutschst. Ja, weil du dich irgendwie dran gewöhnt hast. Auch wenn du es nicht verdient hast. Aber die Eintracht hängt da jetzt schon relativ lange auf dem Tabellenplatz. Da bin ich jetzt auch nicht mehr weg. Und das kann natürlich trotzdem passieren. Wenn das nicht passiert, muss man halt nochmal anders drüber sprechen. Auch dann ist die Saison kein großartiger Erfolg. Also dann ist es okay. Es ist aber kein großartiger Erfolg, weil wir im Europacup uns extrem peinlich angestellt haben. Der DFB-Pokal, viele Chancen haben liegen lassen. Aber da wird trotzdem nochmal anders zu reden sein. Weil dann bist du immerhin wieder in der Europa League und kannst nächste Saison wieder angreifen. Das würde auch Krösche viel, viel unnötigen Druck ersparen. Also es bleibt divers. Was glaubt ihr denn, wie dramatisch in Anführungszeichen es für die Eintracht wird, wenn man tatsächlich diese Teilnahme an einer erneuten Dreifachsaison mit europäischem Wettbewerb verpasst? Ich muss schon hier mal ein Gerät ansprechen. Dann frage ich Dennis als erstes. Okay, dramatisch. Gut, das Problem ist ja, du beschränkst dich selbst in deinen Möglichkeiten. Marvin hat schon gesagt, du hast erstmal hier ja dann Hausaufgaben zu lösen. Die ganze Hütte brennt. Es sind auch sicherlich Spielräume, die wegfallen, weil einfach Situationen und Spieler und auch Berater einfach darauf aus sind, dass ihre Leute untergebracht werden in Vereinen, wo sie sich auch ins Schaufenster stellen können. Das heißt, selbst in der so unbeliebten Conference League kann das schon auch dort Effekte ausüben. Ich denke, das hat auf jeden Fall einen Einfluss. Auch finanziell ist das trotzdem, auch wenn es jetzt immer heißt, ach, das ist so das ungeliebte Endline. Ich denke schon trotzdem, dass wir hier auch, gerade weil wir in Frankfurt immer die Hütte voll haben bei den Spielen und so weiter und so fort, dass das schon einen Ausschlag geben kann. Es ist aber jetzt natürlich nicht, dass du nur weil du jetzt einmal nicht spielst, dadurch jetzt definitiv immer abgeschrieben bist für die Liga. Das Problem ist nur, das Konzept muss sich halt eh komplett so oder so ändern. Das ist, da kannst du immer sagen, ist dann ein harter Schnitt mit, wenn du international nicht spielst, vielleicht dann auch ein bisschen Ausverkauf wieder machst und dann nochmal einen Neuaufbau anstellst, besser als wenn du es so wie die Kranke mit dem kranken Fuß nachziehst. Also ändern muss sich am Kader und am Gesamtkonzept so oder sowas. Und da gehört meistens auch, Marvin hat es schon angesprochen, der Trainer irgendwie mit dazu, dass er das Konzept am besten so früh wie möglich, damit einfach auch die Kaderplanung und die Konzeptplanung, die taktische Planung fürs nächste Jahr dann auch frühzeitig in die, ja in Transfers und so umgewünzt werden kann. Also ich bin da sehr gespannt. Es wäre auf jeden Fall mir lieb, wenn wir es schaffen würden, weil du einfach doch ein paar mehr Spielräume hast. Aber es ist kein komplettes Drama. Oder seht ihr das anders? Ich bin unentschlossen, deswegen stelle ich ja die Frage. Also ich glaube schon, dass wir auf jeden Fall Europa League erreichen müssen, denn der Vibe um die Höhepunkte der letzten Jahre soll ja nicht komplett flöten gehen. Und die letzten Jahre waren krass. Da bist du komplett durch Europa gerast, hast krasse Momente erlebt. Und irgendwie ist jetzt seit, ja seit zumindest der vergangenen Saison ja durchaus ein Bruch drin. Hast letztes Jahr nochmal die Champions League so ein bisschen mitgenommen. Es war okay, es war irgendwie spannend und dafür bist du ja gar nicht so schlecht dann platziert gewesen. Hast ja am Ende dann trotzdem immer den siebten Platz erreicht und das war dafür, dass wir Champions League gespielt haben, auch echt ganz okay. So, und jetzt ist es natürlich schon so, wenn du am Ende sechster wirst und dann die Euro League kommst, dann kannst du vielleicht auch wieder leichter was generieren, weil ich glaube schon, dass Europa League für die Eintracht immer so die kleine Champions League schon ist, weil wir uns da zu Hause fühlen. Wir haben den Pokal gewonnen, wir finden das Surrounding auch ganz gut. Wir kennen das zum Teil zwar schon die Gegner, aber es fühlt sich irgendwie wie ein bisschen zu Hause an. Ein bisschen mehr zu Hause sogar als die Champions League und auf jeden Fall mehr zu Hause als die Conference League. Also insofern wäre das super und es würde die Argumentationsspielräume verschaffen, zu sagen, ey, Spieler, wir spielen wieder europäisch. Das ist die Bühne. Du hast ja in den letzten Jahren gemerkt, wie krass diese Bühne doch gelebt wurde, weil tatsächlich, muss man ja sagen, die internationale Betrachtung spätestens ab dem Viertelfinale in der Europa League ist einfach präsent und ist da und du holst auch Geld. Ich glaube tatsächlich, wenn wir uns gar nicht für Europa qualifizieren, müssen wir mehr Topspiele abgeben. Das würde uns dann definitiv ein bisschen runterregeln in Sachen Potenzial. Was aber dann auch wieder einen großen Umbruch dann bedeutet, wenn du dann diese Topspiele abgeben musst, nicht nur um irgendwie vielleicht aus finanziellen Gründen, sondern auch, wie Dennis gesagt hat, dann da auch die Berater anfangen, vielleicht auch Spieler gekommen sind unter der Prämisse, dass sie halt eben hier eine Entwicklung mit internationalen Spielen machen kann. So vielleicht oder so geplant hat, dass sie irgendwie abzugeben, aber erst irgendwie in ein bis zwei Jahren, dann werden sie vielleicht ein bisschen unruhig, dann musst du früher abgeben. Das bedeutet, wir machen einen erneuten, ja, teilweise Reset dann einfach auch durch. Also dieses Jahr, was wir dann jetzt gespielt haben, können wir quasi abhaken unter ergebnisfrei und dann fangen wir wieder von Null an. Also vielleicht nicht ganz bei Null, aber gemessen an den vorherigen Saisons dann quasi von vorne. Ja, verstehe. Musst du das aber nicht in großen Teilen so oder so? Das ist ja so ein bisschen die Frage. Die Spiele abgeben? Nein, am Konzept im Endeffekt, also die Spiele abgeben in dem Sinne, natürlich kannst du deine Leistungsträger und die, die performt haben, im Idealfall hältst du die natürlich über die Saison hinaus. Über diesen großen Umbruch hast du, glaube ich, trotzdem, oder? Ja, gewissen Umbruch hast du halt auf jeden Fall. Die Frage ist ja, was machst du? Es gibt ja zwei Varianten zu sagen, okay, wir holen einen Trainer, der ein gewisses Konzept hat und gucken dann, passt unser Kader dazu? Oder wir gucken, welchen Kader haben wir, welches Konzept würde passen und wir holen uns einen Trainer zu dem Konzept. Also es ist ja die Frage, welchen Weg man da geht. Weiß ich halt gerade nicht. Also mir ist so ein bisschen unklar und das spricht ja dann auch wieder so ein Stück auf das an, was, glaube ich, Marvin vorhin auch gesagt hat, in der Frage, was ist denn die Idee von Eintracht Frankfurt gerade, welchen Fußball will man denn halt hier irgendwie spielen lassen, die ist ja auch an vielen Stellen unbeantwortet. Da kannst du ja auch irgendwie fünf Leute fragen und vier, na wahrscheinlich eher sechs, zucken dann mit den Schultern und sagen, weiß ich auch nicht, was das System gerade ist. Da wird es natürlich auch schwierig, da jetzt irgendwie jemanden zu finden, der das dann halt umsetzen kann, wenn du das Gefühl selbst nicht weißt. Ja, ja, das ist es halt. Aber wie gesagt, ich glaube, dafür dürfen wir uns jetzt nicht zu sehr in potenziellen, was wäre, wenn Situationen verlieren, sondern ich glaube, wir sollten festhalten, dass es klar ist, dass es auch im Sinne dieses Vereins sein kann, dass wir eigentlich irgendwie die sechs erreichen müssen. Weil mit der acht gibt es noch größere Veränderungen und diese großen Veränderungen würden halt bedeuten, dass die Eintracht endgültig, endgültig in diesem, ja, von diesem fantastischen Zug, ja, ausgestiegen ist. Ehrlich gesagt wollen wir es ja nicht so wirklich, ne, und niemand will das. Weil im Endeffekt musst du ja schon den Anspruch haben, jetzt weiter in Schlagdistanz zu den Großen zu sein, auch wenn es keine Selbstverständlichkeit ist. Und wir merken, das ist jetzt das Jahr, wo Fehler begangen wurden, die offensichtlich wurden. Das ist ja genau das Ding. Wir haben uns die ganzen letzten Jahre ja immer gewundert, krass, guck mal, ein Bobic geht und wir können ihn ersetzen. Okay, jetzt ist ein Hütter weg, oh krass, wir konnten ihn mit Glasen ersetzen. Kovac, oh weg, okay, aber wir konnten ihn wieder ersetzen. Also wir haben immer wieder die Leute ersetzt und wir haben die Spiele ersetzt. Es ist ein Jovic gegangen, es ist ein Kovac, ein Kostic gegangen, es ist, ja, so viel, ein Rebic gegangen, so viele Spieler, es ist ein Allerge gegangen und trotzdem haben wir es immer wieder geschafft mit einem anderen Spielstil, aber mit einer ähnlichen Geilheit auf dem Fußball. Auch in Silva beispielsweise. Meine Güte, was war das, ein Topscorer, den haben wir die allerwenigsten gesehen, weil er in der Corona-Saison hier gespielt hat. Also immer wieder Topspieler gehabt, krasse Spieler, an dieser Stelle übrigens für Spieler, die nicht mehr da sind. Schöne Grüße an Evan Dika, ich hoffe, dass es ihm bald wieder besser geht. Oh ja, wie ich glaube ich. Das war ja kurzer Schockmoment im Endeffekt. Aber auch so, wir hatten so viele krasse Spieler, der Deitsch Kamala, wir hatten Linz-Trömmen und alle, das ist jetzt die letzte Generation, da ist es jetzt mit dem Ersetzen ein bisschen schwieriger gewesen, aber davor haben wir es immer geschafft, alles zu ersetzen. Und das ist jetzt gerade die Phase, in der wir es nicht mehr können. Und das ist schon anders, ein bisschen bitter, aber es zeigt, dass das Perpetuum mobile der Eintracht ja wirklich zum Stoppen gekommen ist. Ja, und ich sehe da auch so ein gewisses Risiko. Also ja, ich wünsche mir, dass wir diesen sechsten Platz behalten und dass wir international spielen. Nicht nur, dass wir damit dann auch Spiele halten können, sondern dass wir uns auch in dieser Fünfjahreswertung irgendwie weiterhin so ein Stückchen weiter oben halten, weil es natürlich ja dann auch Auswirkungen hat über die Fernsehgeld-Ausschüttung. Ich habe nur auch so ein Stück weit Angst, dass das dann wieder, wie du es gerade eben beschrieben hast, Marvin, dass wir es ja immer irgendwie doch geschafft haben, irgendwie am Ende noch mit so einem mittleren bis kleinen Erfolgserlebnis dazustehen, dass das dann wieder so die nächste Nebelkerze ist und die dann verhindert, dass diese ganzen Fehler, die man gemacht hat, auch wirklich mal aufgearbeitet werden und man sich überlegt, okay, wie können wir diese Fehler in Zukunft vermeiden? Weil am Ende hat man ja dann doch wieder das internationale Geschäft erreicht. Ja, das finde ich ein interessanter Punkt. Ich will ja auch gar nicht vorgreifen, Dennis, wenn du jetzt auch was gleich sagen wolltest, aber weißt du, was dazu gehört? Dazu gehört, dass es eine Öffentlichkeit gibt, die sich nicht im Kokon der Gemütlichkeit der Eintracht irgendwie zufrieden gibt. Das ist nämlich genau das Wichtige, denn wichtig ist dann weiterhin, dass man sagt, okay, man ist extra geworden, das ist okay, aber das und das und das lief nicht gut. Und die Eintracht ist auch sehr, sehr gut dabei, immer jedem zu erzählen, was alles toll lief und dass eigentlich alles doch ganz gut ist und da ist auch Krösche dabei und genau auf diese Falle darfst du halt nicht tappen. Das heißt, man muss wach bleiben. Man musste damals schon ganz, ganz früher auch schon wach bleiben. Da hat auch nicht alles immer gestimmt, was einem dann immer so verkauft wurde und genau so ist es halt heute auch. Und da musst du dann aufpassen, musst selber wach sein, musst sagen, da und da muss ich den Finger aber in die Wunde legen, wenn ich wirklich will, dass es besser wird. Weil wenn da viel Druck dahinter ist, wenn die Eintracht merkt, okay, ja, da sagt auch eine Öffentlichkeit, der will ja auch zuhören, weil sie sagen ja zu, dass da oder hier und da was nicht stimmt, dann ist die Veränderungsmöglichkeit auf alle Fälle da. Aber das heißt natürlich auch, dass man selber den Kopf einschaltet. Auf jeden Fall, Marvin, passt wunderbar, bin ich voll bei dir und du hast natürlich und das wurde ja auch schon vorhin benannt, mit Platz 6 ganz anderer Gestaltungsmöglichkeiten. Du hast einfach mehr Handlungsspielraum, du hast mehr Möglichkeiten, auch was Gutes zu tun, auf die Leute auch zu hören. Wenn du natürlich mit dem Rücken zur Wand klaren, kannst du dann sagen, ja gut, Umbruch, 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 ja, alles gut. Aber du startest natürlich auf einem ganz anderen Level, auf einem anderen Niveau und hast wieder das Problem, dass du erstmal wieder dann auch an diese Plätze rankommen musst. Du musst dann erstmal wieder versuchen, René, du hast es gesagt, das ist ein wichtiger Punkt, alles steht und fällt mit dem Geld, das ist einfach so. Auch hier, wenn du Fernsehgelder massivst, weniger einnimmst, wenn du international nicht mehr, gerade Euroleague, ihr habt es ja schon gesagt, ist doch für uns immer ein gutes, gutes Geld gewesen, was wir da eingenommen haben und um nicht noch weiter den Abstand nach oben zu verlieren, bin ich voll bei euch. Du brauchst diesen Platz 6 und dann musst du im Endeffekt wirklich die Köpfe zusammengesteckt und dann ein gutes Konzept auf einer guten Grundlage schaffen und ich wünsche mir das auch, auf jeden Fall. Das Problem ist, es ist ein harter Weg und wir würden uns hier nicht so aufregen und die letzten paar Tage waren ja auch jetzt hier gerade nach dem Stuttgart-Spiel das erstmal alle Emotionen, der Puls war auf 200 hoch, weil man einfach nicht verstehen konnte, warum dann so eine Halbzeit gespielt wird wie dort. Das ärgert einen halt, zumindest mich als Fan, unglaublich, weil du so viele Möglichkeiten hast. Ja, es ist einfach, du musst nur wenig zeigen und wir sind doch schon sehr zufrieden eigentlich alle, aber gut, fange ich nicht wieder damit an. Nee, besser nicht. Besser nicht. So, dann lasst uns aber jetzt mal auf den nächsten Gegner gucken. Der heißt FC Augsburg. Wir spielen am Freitagabend zu Hause. Tuta ist noch gesperrt für dieses Spiel. Ibimbe sollte zurückkommen, der hatte ja nur eine Gelbsperre für das eine Spiel. Götze war ja am Wochenende ausgefallen, hatte eine Bindehautentzündung, die sollte er eigentlich bis Freitag soweit auch wieder überwunden haben, sollte also auch wieder zurückkommen. Ich weiß nicht, Skiri ist bei mir noch so ein Fragezeichen, da habe ich jetzt nichts Aktuelles gehört, ob der da wieder zurück ist. Und Marvin hatte es gerade eben angesprochen, dass man da jetzt ja auch Mittel und Wege finden muss, das Ganze jetzt auch kommunikativ so ein bisschen hochzubringen, dann vielleicht auch über die Führungsspieler. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man das gerade eben versucht, eben mit Rode im MHA-Heimspiel, Trab jetzt in der Medienrunde. Für morgen ist jetzt eine Pressekonferenz mit Makoto Hasebe angekündigt. Also ich glaube, man versucht auch genau, das so gerade ein bisschen als Instrument zu nutzen. Wie ist denn so euer Blick auf dieses Spiel? Gewinnen ist jetzt irgendwie alternativlos eigentlich. Also das muss auf jeden Fall. Wir hatten es auch schon angesprochen, dass es da im Vorfeld was geben wird in Gedenken an Bernd Hölzenbein. Stimmungstechnisch war es ja gegen Stuttgart auch schon da. Also ich würde jetzt eigentlich erwarten, dass das am Freitag so wirklich, dass das Dach da quasi fast wegfliegt vor Energie, die dann da jetzt irgendwie kommt. Seht ihr das ähnlich, Marvin? Ja, also ja, weil die Sache ist ja die, in so schwierig es diese Situation wieder ist, weil sie natürlich unbefriedigend ist, weil sie natürlich vom Sportlichen her, jetzt ja gerade auf der Klinge ist. So gibt es natürlich den, den Punkt, wo ich wirklich sage, ja, aber jetzt machen wir mal den Deckel drauf. Jetzt beruhigen wir uns und jetzt besinnen wir uns darauf, was wir sind. Denn am Ende sind wir Eintracht Frankfurt. Und Eintracht Frankfurt ist ein Verein, der eine unauflösliche Bindung zu den Fans hat. Und Eintracht Frankfurt ist ein Verein, der viele Jahre nur aus der Emotion, aus der Zusammengehörigkeit mit den Fans eigentlich zu dem geworden ist, was er jetzt ist. So, und jetzt haben wir diesen Leitmoment, diese tragische Situation, dass Bernd Hölzenbein tatsächlich gestorben ist. Aber wir wissen, auch aus Respekt ihm gegenüber, könnte der Samstag, der Freitag, könnte der Freitag doch irgendwie was Magisches beinhalten. Jetzt sind die Gesetze der Bundesliga vielleicht auch mal außer Kraft gesetzt. Und jetzt geht es darum, ich glaube, die Mannschaft muss das jetzt auch so begreifen. Das ist jetzt mehr als nur der nächste Spieltag. Es ist mehr als das nächste Bundesligaspiel. Es ist jetzt der Startpunkt, man definiert es als Startpunkt, dazu zu sagen, wir müssen dieses Gehörigkeitsgefühl wieder haben. Das, was auch die Truppe um Bernd Hölzenbein jahrelang ausgezeichnet hat, Bernd Hölzenbein, der so Eintracht gelebt, geliebt hat. Und wenn du davon ein bisschen was mittragen kannst und das der Mannschaft auch glaubwürdig verkaufen kannst, dann kann diese Mannschaft vielleicht wirklich über sich hinaus wachsen. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Zeig dir ein alte Footage, zeig dir, was das damals alles bedeutet hat, dich für diesen Verein zu spielen. Dass alles das keine Selbstverständlichkeit ist und dass es halt um mehr geht als nur um Finanzen. Dass es mehr geht als, ja, okay, ich bekomme ein Paycheck. Ja, okay, ich muss ein Tor schießen. Vielleicht, vielleicht ist das ein Ansatz zu sagen, am Freitagabend, Flutlicht, egal wie das Wetter ist, die Hütte wird voll sein. Die Hütte wird respektvoll Bernd Hölzenbein verabschieden. Und Eintracht Frankfurt hat das große Möglichkeitsszenario immer noch vor sich, Bernd Hölzenbein einen virtuell schönen oder einen im Gedenken tollen Abschied zu bereiten. Das werden sie vorher auf jeden Fall machen. Es wird laut gesungen, aber vielleicht kriegt man das auch mit dem Ergebnis hin, dass man sagt, okay, das war in vielerlei Hinsicht ein unvergesslicher Abend. Das ist eine sehr schöne Zumorbefassung. Genau so soll es sein. Da traue ich mich jetzt fast gar nicht nach der Aufstellung zu fragen, aber ich frage trotzdem und ich frage Dennis, wie wird die Eintracht denn am Freitag spielen? Ah, okay. Die Frage nach dem Personal hast du ja schon so ein bisschen beantwortet, dass zumindest hoffentlich der ein oder andere Rückkehrer da ist mit Bimbo und Götze. Gut, fangen wir aber doch am besten nicht vorne an, sondern gehen sie im Endeffekt ganz klassisch durch. Ja, ich sage mal, im Tor stellen wir uns ja zum Glück immer noch normal mit Drab auf. Da bleibt es natürlich auch dabei, auch wenn Paco Koch jetzt nicht unbedingt so toll und zu viele individuelle Fehler ist. Es bleibt auch in der Innenverteidigung jetzt nicht groß was übrig, weil Tutor, sagst du ja richtig, ist ja immer noch nicht verfügbar, heißt, werden auch beide spielen, meiner Meinung nach, in Kunku, ja. Was für ein System würdest du denn, also Viererkette war ja jetzt das Experiment gegen Stuttgart, das war jetzt auch eher so, ja, sagen wir mal, sagen wir mal, da war es ziemlich zugig zwischen den einzelnen Spielern. Ja, 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 gut, das Problem an der ganzen Geschichte ist ja, und René, da haben wir uns ja auch letzte Woche schon drüber unterhalten, ein richtig niet- und nagelfestes System, wo du sagst, da kann ich mich jetzt hier immer drauf stützen und das funktioniert bei jedem Gegner, haben wir ja eh nicht und du hast ja auch diese Situation gehabt, dass in den vorherigen Spielern schon immer so ein bisschen wie eine Schaukel gearbeitet wurde, dass die Außen dann einfach, dann ist der Innenverteidiger nochmal ein bisschen rüber, die Außen sind ein bisschen nach hinten gerutscht oder die eine Seite ist nach vorne gerückt, dadurch ist die andere Seite, ist einer mit in die Innenverteidigung mit reingerutscht und so weiter und so fort, also ich glaube, so dieses harte System, genau, das ist nicht neu, sondern das haben wir im Endeffekt, das werden wir hier sicherlich auch wieder sehen bei dem Spiel, ich glaube nicht, dass wir wieder mit einer Viererkette im harten Sinne dort auflaufen werden, sondern ich könnte mir schon vorstellen, allein auch, weil das Personal ist jetzt nicht, ich glaube, du hast vorhin gesagt, Skiri, ist das überhaupt ein Rückkehrer, mit dem wir rechnen können, ich habe gar nichts an Informationen, Marvin, wie sieht es bei dir aus, hast du Skiri irgendwas gehört? Ich weiß auch noch nicht genau, es scheint auch noch ein bisschen unsicher zu sein, schauen wir mal, aber es ist ja auch so, dass wir jetzt nicht so tun brauchen, als hat Skiri in der letzten Zeit so overperformed, das ist halt ja einer der letzten Low-Performer der letzten Zeit, muss man ja auch sagen, also im Endeffekt, ich würde es tatsächlich sagen, ja, ich würde Collins wieder reinpacken, ich würde Collins wieder reinpacken, wird, also hinten, ja, genau, Paco, Koch und links würde ich wahrscheinlich mit dem Kunku arbeiten, ja, ich auch, der hat eine größere Schnelligkeit, der ist unberechenbar, weiter vorne, würde ich ehrlich gesagt mit Larsson arbeiten und ja, wahrscheinlich auch Götze, ne, klar, also dass die wieder so diese Sechser, Achter Positionen begleiten, richtig, 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 richtig und dann gucken wir weiter und dann würde ich weiter mit Knauf arbeiten, ich würde auch Ebimbe wieder auf der rechten Seite bringen, ja, was soll man denn machen, also links Knauf, rechts Ebimbe, geht der jetzt wieder und dann, boah Gott, hast du denn der Offensiver eigentlich, Mamush, Chaibi, Knauf, das sind dann die beiden, die drei Offensivkräfte, die du dann da, so würde ich es machen, wieder hast, dann hast du viel Speed, ja, und es ist, eine Person zu viel gerade aufgestellt, warte mal ganz kurz, äh, du hast, Larsson, Götze, ja, du hast Pacho, Koch, Collins in der Dreierkette, du hast links in Kunku, rechts Ebimbe, du hast auf den, äh, Achter, Schrägstrich, Sechser Positionen, hast du Götze, Larsson, und dann hast du Knauf, Mamush und, äh, Chaibi in der Offensive, dann bist du bei elf. Naja, hm, Ebimbe hast du, stimmt ganz rechts, ja, okay, 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 okay. Ja, ist jetzt, der kommt ja wieder zurück und der hat halt auch ordentlich Pace und, ne, er hat ja auch immer seine, seine, seine Momente, ich meine, klar, du hast bei, bei Ebimbe, auch immer so ein bisschen die beiden, die beiden Seiten und, ne, er hat auch mal einen gewissen Hang dazu, dann vielleicht gefrustet zu sein, aber, er hat halt eben auch viel, was er dann da in das Spiel immer mit reinwirft und zumindestens in der Aufstellung oder in der Konstellation hatten wir ja jetzt schon auch ein paar mehr Spiele, ja. Ne, bin ich, ich bin voll bei euch, also es ist im Endeffekt auch so die, ich sag mal, fast Stammelf, mit der wir zumindest schon auch mal Spiele gewonnen haben. Ja. Na, also muss man, muss man dann auch so bitter, wie es ist, sagen, Skiri, klar, er sagt es, selbst wenn er jetzt fit werden würde, ist es tatsächlich so, dass er jetzt auch nicht... Form hinterher, seit dem, seit dem Afrika-Kampf. Ah, wie lange kann er dann auch spielen, ist es dann jemand überhaupt für eine Startelf? Wahrscheinlich nicht. Es sind halt ganz viele, ganz viele Fragezeichen. Ich muss dir auch wirklich sagen, wir haben ja so ein bisschen auf Lars und in Anführungszeichen geschimpft, es ist aber auch jemand, der ständig mit Verletzungen, ständig mit, ne, es ist, es ist natürlich auch sowas, der kam halt auch nicht so richtig in den, in den Flow rein, ja, den muss man auf jeden Fall spielen lassen. Götze, ihr sagt es, das ist auch jemand, der so einen Moment, der kann so ein Spiel lesen, das ist auch jemand, der mal den entscheidenden Pass nochmal spielen kann und ich hoffe ja, dass wir nicht wieder mit so einem, ja, ich sag jetzt mal, Versuch aus der eigenen Verteidigung vorne Mamouche anzuspielen und der macht dann schon was draus, das ist einfach auch zu billig zu verteidigen, da brauchst du im Endeffekt schon auch ein bisschen mehr, auch Augsburg ist definitiv sicherlich drauf eingestellt, sowas dann locker zu verteidigen und dann sind, denke ich, mit Lars und Götze sind wir glaube ich ganz gut auch da im Mittelfeld aufgestellt, bin ich voll bei euch. Ja, die Kombi hat ja auch schon durchaus funktioniert und ich glaube Lars Horn, klar, der hatte auch seine Momente, aber wenn der jetzt wieder so ein bisschen in den Tritt kommt, dann ist das schon ein Spieler, auf den man sich da dann auch verlassen kann. Dann hätte ich jetzt als letzte Amtshandlung, bevor wir dann hier für diese Woche die Sendung beschließen, noch gerne einen Ergebnistipp von euch und der Marvin steht hier zuerst in der Liste. Was tippst du für den Freitag? Jetzt knallt es 3-1. Marvin geht in die Vollen. Dennis, gehst du da mit? Ja, ich sage tatsächlich auch 3-1. Du sagst auch 3-1. Ich bin mir auch sicher, dass gerade nach dem Spirit, der jetzt entstanden ist und nach dem Drumherum man sich da jetzt, wie hat Marvin das vorhin so schön gesagt, die Arschbacken zusammenbeißen wird und deswegen ist mein Tipp in 2-0. Und damit haben wir dann hoffentlich den Endspurt der Eintracht richtig eingeläutet und können hoffentlich einen Platz in einem internationalen Wettbewerb weiterhalten. Aber da werden wir dann in der nächsten Woche drüber sprechen. Wenn wir dann auch hoffentlich über ein erfolgreiches Spiel gegen den FC Augsburg sprechen, mal gucken, was die Konkurrenz dann machen und dann werden wir uns mit dem Restprogramm beschäftigen. In dem Sinne, wenn ihr jetzt nicht noch was habt, würde ich sagen, machen wir den Laden zu, oder? Auf jeden Fall. Dann wünschen wir allen da draußen eine wunderschöne Restwoche. Genießt das Heimspiel am Freitagabend gegen den FC Augsburg und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut! Ciao! 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 Ciao!